Was isst du mit der Gabel, hm? Isst du mit der Gabel? Ui, das ist ja Emreys Essen, hm? Bist du schon mit der Gabel essen, mein Spätzchen? Ja genau, anpiksen und in den Mund. Anpiksen und in den Mund. Ja, das machst du schön. Ja, das machst du schön.